Ich hätte die Kelly-Fermin nicht überlebt ohne den Sport. Ich hätte die Belastung und die Arbeit und die Verantwortung niemals gestemmt, wenn ich den Marathon und den Ausgleich in Sport nicht gehabt hätte. Mit acht Kindern jetzt eine Wanderung zu machen, das gab es wahrscheinlich gar nicht, oder? Nicht einmal. Wir haben ja auf der Straße gespielt, gearbeitet. Davon haben wir gelebt. Also wir waren Straßenmusiker 18 Jahre lang. Das war einfach immer geil. Das war das größte Kindheit, was ich mir je vorstellen kann. Dann kannst du in diesem Baum drinne bis oben hin klettern. Das ist so abgefahren, wirklich. Ich habe sowas noch nie gesehen. Dadurch, dass wir wieder zusammen gekommen sind und gehen wieder auf Tour, können miteinander wieder normal reden und die Bruderschaft ist da und Freundschaft ist wieder da. Allein dafür hat sich alles gelohnt, wirklich.